ja herzlich willkommen zu sims 4 mit der lieben lefouette so so wir stehen gerade auf der straße haben wir da irgendwas vor gehabt haben wir irgendwas böses vorgehabt gehen wir mal hier hin ich habe fast noch kein plan was da was unser plan ist hier haben wir denn da ist das für eine ziege nein lustig vorstellt hallo bei ihr wer da ist das noch ja hat er ab ich bin noch nicht fertig gemein lustig umfug erschrecken umfug so Ja, 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 ja. mehr auswahl das haben wir denn noch die stimme die man auf dem herr sehr wichtig die meinten die Ich bin fertig, ich bleibe doch hier! Ah, ich habe Bock mehr, er ist fertig. Okay, wie können wir noch den Türen hier? Wir können sonst noch irgendwas machen eigentlich. Aktion! Nein! Geht sie? Schlechte Laune, schlechte Laune! Alles gut gemacht! Blö, so fasst du was. Okay, was haben wir denn noch hier? Wer wohnt denn hier eigentlich? Können wir mal hier hingehen? Können wir mal einfach hier hin. Haushalt aus Galerie... Nein, nein, nein. Was? Haushalt aus der Galerie erziehen lassen? Nee. Resistenz besuchen einfach nur. Klar, du bist... Nein, wirklich ja gar nicht. Hier kann ich nicht hingehen. Nun keiner anscheinend. Alles klar. Ja, weiter. Hast du hier überall gequatscht? Kein Blut bekommen jetzt? Wollen wir los? Wie ist denn das? Oh, ich kann eigentlich gar nicht mehr rumzulaufen hier. Hier. Hä? Was ist das denn hier? Und wo? Wie geht's hier hin? Park oder was? Jo, Tatsache. Park. Hier brauchst du ja keiner zu wohnen. Aber das ist da gar nicht. Keine. Wie ist das denn? Oh, ich hab jetzt die Schuhr eingesetzt? Okay, jetzt hier. Haushalt kam und ich. Fertig? Haushalt kam. Zu auf Graben. jetzt aufkommen sie jetzt sind jetzt zurück okay muss ich verstehen Fangen wir auf jetzt, wird doof. Geht er nach Hause? Ich glaube sie die Hausaufgaben zu machen. Vielleicht haben wir Pico jetzt hier. Ja, plötzlich. Wir sind hier im Park. Alles klar, dann mal los. Pico-Rora! So, da macht er mir eine schöne Ausdruck. Dann machen wir dich wieder gemütig dazu. Da haben wir eine komische Gestaltung hier oben, ne? Wie alleine Schach. Okay, wir schleun dir mal deine Hausaufgaben hier. Okay, dass keiner besorgt ist, dass sie gar nicht zu Hause ist. Ja, muss natürlich einpacken, ne? Ja, wird klar. Ach so, wie sieht's jetzt eigentlich aus? Ja, so fit. Jetzt ist ein bisschen Spiel noch. Abspiel. Ich brauche mich müde und so. In der Nacht. Okay. Ausguck. Ja. Ah, an die Meerjungfrau voraus. Oh. Huch. Ich will gleich drehen hier. Ich spiel noch. Ich spiel noch. Das fühle ich so alleine zu viel, ne? Verspielt. Jetzt gerade. Irgendwie reagiert immer aus. Nicht so, wie ich's eigentlich gern hätte. Ich spiel noch. Wissen ist hier eigentlich? Das bin ein Eisbrand. Aber warte mal, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Ich will nicht. Ich weiß nicht, wie es so blass ist. Ah, schnell hier. Wenn ich auf dem Tag zahle. So. Gemein. Versprach. Gemein. Also, wir schimpfen. Sie lässt sich zackt sich zu, ja? Der Fug. Verschrecken. Auf die Fäcke bin ich fertig mit ihr. Warum blufst du weg? Was? So, die bin ich nicht mehr, die bin ich nicht mehr, das hat die ja lieb. Geiler Zug. Geiler Zug. Geiler Zug. Was ist das für ein greiler Zug? Krass. Können wir den mitfahren? Okay. Geiler Zug. Zeug nach Hause. Hat sich erledigt. Geiler nach Hause. Wir waren ja nun lang genug unterwegs. Und die Folge naht auch zu dem Ende hingegen. Eine kurze Folge, aber ich mache jetzt erstmal nur kurze Folge. Weil ich jetzt mal sehen muss, wie ich mich aufstelle, wie ich meine Videos weitergestalte. Ich habe ja überhaupt keinen Plan. So. Nicht so wirklich. Und ich bin müde. So. Und sie ist so eklig. Sie ist so eklig. Äh, was ist denn zu machen? Ach, kann sie nicht. Okay. Was ist jetzt besetzt? Bei Ruf Aktionen. Freude ich ne? Machen wir sie freundlich. Haben wir nicht mehr. Freundlich. Haben wir nicht irgendwas mit Knütteln. Freundlich. es muss einfach sein wenn sie zwar böse ist aber die riemen haben wir brauchen sie ja da müssen wir machen alles sehr freundlich ausfall streng vertraue in der heimlichheit oh 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 wow neusoda muji biji we're not too much die sind die sind die sind das ansteigen den und sie wird auch nicht haben wir sie noch bisschen bett ist Ja, so, dann können wir die vorher wäschen, können wir die wäschen. Hunger hat sie, sollte was essen. Die Mütter muss hier einfach mal aufräumen und die Wäsche machen. Macht sie alles. Überall die Wäsche rum. Können wir die eben kratzieren? Wo wollen sie jetzt? Mh, die Stratzung sieht mal aus, die passt jetzt gerade nicht. Äh, Hunger hat sie immer noch. Was isst du denn nicht? Wolltest du nicht essen? Portion nehmen? Hast du schon gegessen oder irgendwas? Wo ist dazwischen gekommen, ne? Was hat sie in der Tasche getan, die Portion? Nö. Doch, hat sie tatsächlich. Äh, Tofu essen. Nicht in die Tasche stopfen alles, sondern essen. Na, du bist ja eine. Versteht zeiten oder wie? Ist doch gar nicht. Aber gar nicht. Ist jetzt mal so. Oh, dann wird erstmal noch mal gucken. So. Erstmal rufen. Nö. Wir sind eigentlich bei ihr. Die, 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 die hat alles gut. jetzt macht das gar nicht mehr muss doch mal auf toilette würde ich sagen und hände waschen nicht vergessen haben wir hier noch was selbst zuspruch geben das war alles träg ich Oh, wie? Was ist denn? Schau! 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 Äh, wer ist denn es? Hey, du fährst. Wir finden es toll, wenn wir unsere Gruppe fahren, der Grund hat einmal die neue Gruppe kennego. Weitere dich nie. Hehehe! Achen deviation? So, udd ... Wäsche aussetzen. Und dann musst du hier auch informiert werden. Dass du es sollst. So. kenne ich das hier machen nicht platzieren mit platzieren später fertig so das ist merkwürdig wo geht sie jetzt raus ok es ist ganz bewusst stimmt es ist ein neun uhr freitag ist okay weg und das muss dann nehmen und säubern sollte jetzt der fährt kommt manchmal sauber sauber machen hier muss sauber gemacht werden so was soll es na los also aus ausräumen und welche bringen zu nein welche waschen so wegarbeit hier noch hausarbeit halten da muss hier in zur arbeit was ist der laune warum was er hat hunger also ist doch schon was okay ich freue mich wir rufen da an ein küsschen in ehren ist in der pause umgerannt und hat versucht einige andere kinder zu küssen sie hat niemanden erwischt aber die anderen schüler sind panisch weggelaufen küssen in diesem alter das geht gar nicht so sind kindernummer schulsituation abgeschlossen die lesung hat der schule von lepoet eine rate teilt wie man mit der situation gehen und an ihren sinkt ja so und das haben wir meine ist äh äh hast du nicht was für dienste ich höre ich jetzt alles geputzt habe wahrscheinlich nicht mehr also sowas äh äh das kann ich gar nicht verbessern ja äh auch zwei männer äh 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 kann ich nur die Übung machen hier Vereinigte Weltprozessin nein was kannst du denn machen du kannst du selber was mit dir machen singen üben verbotene wörter brüllen joggen gehen widerlichssam äh politikkarriere politikkarriere zackwir für Vereinigte Weltprozessin so jetzt gehen wir mal mach doch mal tschüss äh warte okay Ob das viel Sinn macht, das hier zu tun? Ja, man muss das ja auch üben, ne? Okay. Das machen wir mal schön. Was ist denn da los? Was steht denn da? Lassen wir die Schule sausen und amüsieren wir uns ein bisschen? Nachtclub, Heim und Nawals. Okay. Annehmen und Sims zum Mitreisen wählen. Ne. Das geht gar nicht so. Okay. Oh, ich bin wieder zu spät. Ich muss aufhören. Das ist klar. Okay. Okay. Ja, ja. Machen wir jetzt mal weiter. Alles klar. Ja, dann habt euch wohl bis demnächst. Und jetzt halt mal die Klappe jetzt. Okay. Genug, 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 genug. So. Das sind nicht die einzigen Folgen, die ich jetzt gerade aufgenommen habe. Ich habe nur Simps 2 habe ich, Simps 3 und Simps 4 mit dem Timo und jetzt nochmal Simps mit Lefouet. So, jetzt habe ich auch echt kalt. Ich brauche eine Pause. Es ist jetzt 2.39 Uhr. Und draußen ist es minus 9 Grad. Das ist wirklich kalt. Ich mag es nicht. Naja. Habt euch wohl. Bis demnächst. Euer Jokl. Ciao.